Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem kleinen Projekt. Die Grundidee ist vom Skaldogary, das sag ich schon mal zum Anfang. Ja, du bist ein kleiner YouTuber, vielleicht kennst du das, du bist ein kleiner YouTuber. Schaffst es irgendwie immer nicht, gute Runden zu erspielen und ja, dementsprechend kannst du irgendwie keine Videos machen. Oder ein ganz anderes Beispiel, du bist ein sehr großer YouTuber, hast keine Zeit, um im Moment zu zocken und brauchst unbedingt ein Gameplay. Ja, hier ist die Lösung. Heute mach ich das einfach mal so. Ich habe heute ein Gameplay erspielt, gerade eben, und ja, das stelle ich frei zur, ja, Wiedereinsetzbarkeit. Also wie man das nennt, also ihr könnt euch das runterladen und wiederverwenden, wenn ihr einen Commentary machen wollt. Und ja, das stelle ich euch zur Verfügung, gerade als Spiel ist ein Rampant. Zum Anfang war ich extrem gut, also habe ich halt Rampant als Spiel zum Anfang. Am Ende habe ich es ein bisschen gehen lassen, weil ich mich so gefreut habe. Aber naja, ich hoffe, es ist doch ganz anselig. Und ja, dann, ja, ich freue mich über die Leute, die es wiederverwenden. Schreibt mir denn bitte eine PN, wenn ihr es wiederverwenden wollt. Ich kann euch sagen, wie es geht. Wer es nicht weiß, oder ich kann es euch jetzt noch kurz erzählen, ihr schreibt einfach hinter das YouTube, oben in der Linkleiste, schreibt vor das YouTube ein SS, aber das steht noch in der Videobeschreibung. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Gameplay. Ich hoffe, ein paar verwenden es wieder. Und ja, bis dann, euer FinalP und ciao. Also das könnt ihr auch wegschneiden. Wer es jetzt verwenden möchte, schneidet das hier weg, nur das Gameplay, aber ich wollte es mal gesagt haben für euch. Und ja, bis dann. Losers! 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 Das war's für heute. Power play for the hero of Skid. A treasure has been dropped. Go get it. Kickback available. A treasure of Skid. A treasure of Skid. A treasure of Skid. Go get it. I'm on fire. Power play for the hero of Skid. Villains are exposed. I'm on fire. I'm on fire. Coming at you. Coming at you. I'm on fire. 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 Kickback. I'm on fire. 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 Oh no, 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 no. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 I'll take that. Shit, my pants. Shit, shit! Oh, no, 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 no! I can't do this anymore. Have some of this! Whoa! Oh, oh, oh! Eat this! We're just business. Try to stop me! Kickback available. Try to stop me. Incoming! Eat this! They're way behind. They're way behind. Only five kills left. Nobody die. Have some of this! Shit! Shit! Heroes win. You're a good one. See ya. I'm a good one. You're a good one. I'm a good one. Vielen Dank.